iPhone 15 steht ja quasi vor der Tür, also es kann jetzt nicht mehr lange, das ist ja quasi übermorgen soweit, aber irgendwie haben wir es bisher komplett ignoriert, weil so viel anderes Zeug irgendwie, aber jetzt so als nächstes handfest auf den Tisch kommt wahrscheinlich so ein iPhone 15, oder? Ja, also ja, klar, das ist sicher das nächste auf der Apple-Hardware-Agenda, da kann eigentlich vorher nicht mehr viel passieren. Und wahrscheinlich ist es auch nur ein kleiner Schritt, also wahrscheinlich ist es so nicht die ganz große Rundumschlag oder vielleicht, waren dann vielleicht ein paar Features von dem Pro in das Nicht-Pro runter oder so, aber jetzt wahrscheinlich kein großer Knaller, oder? Naja, ich meine, was ist halt großer Knaller beim Smartphone? Großer Knaller ist zum Beispiel sowas Neues wie Touch-ID oder sowas Neues wie Face-ID oder dass halt die Kamera so drei Level weiter oben ist. Ja, ja, also ich meine, Kamerasprung kann man ja dieses Jahr auch zumindest mal gespannt sein, was sie dann da ins Pro und vor allem ins Pro Max vielleicht doch reingequetscht haben. Also da sehen wir tatsächlich, also ich meine, der jetzt ja bleibende Sprung, der noch fehlt, ist, dass halt irgendeine Form von mehr Zoom, also mehr optischem Zoom, die ist ja glaube ich so, die kannst du echt als die größte Fehlstelle bei dem Kamerasystem bezeichnen. Und da hat ja auch Samsung schon gezeigt, dass da durchaus mehr möglich ist, ohne irgendwie, also ich spreche jetzt nicht von dem hundertfachen Mondzoom, ja, sondern dass ein bisschen mehr optischer Zoom auch möglich ist, dass man das machen kann und dass das auch qualitativ hinhaut am Schluss. Also ich glaube, da ist, da muss das iPhone oder mindestens mal die großen iPhones, also die sind ja alle großen inzwischen, aber halt Pro und Pro Max Modelle müssten eigentlich mal mit dem Zoom jetzt mal irgendeine Art von Sprung machen. Also da krebsen sie jetzt schon sehr lange mit ihren verschiedenen Zoom-Stufen hin und her und ich war ja sehr froh, dass im letzten Jahr dieses 2X zurückkam für die Pro-Modelle. Ich bin mal gespannt, jetzt kamen ja auch noch mal die, immer mal wieder die Gerüchte, dass halt der 48-Megapixel-Sensor auch in alle Modelle wandert, in der einen oder anderen Form zumindest, ob der dann irgendwie genauso groß ist wie der in den Pro-Modellen oder nicht, das sehen wir dann alles. Aber dann meine Hoffnung daran wäre halt, dass damit auch diese zweifach Zoom-Stufe halt zurückkehren würde, auch in die normalen Modelle, die die ja jetzt gar nicht mehr hatten, weil die ja nur noch das Ultra, also das Ultra, oder Ultra-Weitwinkel ist ja Quatsch, aber halt das Weitwinkel und halt die Hauptkamera hatten und halt keine sinnvolle Zoom-Möglichkeit, keine sinnvolle Rein-Zoom-Möglichkeit, nur die Raus-Zoom-Möglichkeit aufs Weitwinkel. Also insofern, aber ich meine, all das sind natürlich, unterm Strich sind das natürlich irgendwie kleine Sachen. Das sind so kleine Kameraverwässerungen. Und was ist denn der nächste große Schritt? Also sowas wie neues biometrisches Verfahren steht ja jetzt erstmal nicht an. Also in die Vision Pro kommt das Optik-ID mit dem Scan vom Auge, aber sowas haben wir jetzt nicht nötig oder irgendwas. Also das ist, du könntest, das nächste, was in die Richtung gehen würde, wäre halt Biometrie unter dem Display, dass du keine Aussparungen hast zum Beispiel. Ja, oder halt immer noch kleiner werden, Aussparungen, nicht wahr? Der Rand, der Display, der Rand, der außen um das Display zeigt, der soll sich ja ein bisschen kleiner gestalten dieses Jahr. Und das wäre, ich meine, das sind halt so kleine Sachen, die summieren sich dann auf, ja. Also das ist, ich meine, auch die Notch, die ist letztes Jahr kleiner geworden. Und das, ja, das merkst du nicht, wenn du da ein paar Wochen drauf guckst. Aber wenn du halt mal zurück zu den alten Modellen gehst und merkst, dann wird jetzt plötzlich sehr klar wieder, wie groß dann die Notch dann schon war. Und jetzt als Dynamic Island ist es halt schon, ich bin mal gespannt, ob das wirklich in alle Modelle auch wandert, weil ich finde es weiterhin einfach einen sehr guten Schritt. Es war, sie haben es sehr sinnvoll umgesetzt, diese Einschränkung dann wirklich zu einem Feature gemacht. Und naja, USB-C ist halt durchaus, also kannst du natürlich, ich weiß nicht, wo man das einsortiert an der Wichtigkeit, aber es wird sicherlich bemerkenswert sein, wenn es dann kommt. Und es wird viel darüber zu reden sein. Und dann ist es natürlich auch wahrscheinlich ganz schnell durch das Thema. Also es ist dann einfach da und Lightning ist weg. Aber es ist prinzipiell natürlich schon, ja, wenn du den iPhone-Kosmos betrachtest, ist es schon natürlich eine Riesenwende eigentlich, weil das auch dann natürlich das ganze Zubehör betrifft. Das heißt, wir müssen eigentlich auch AirPod Pro Cases sehen mit USB-C. Und nicht wahr? Also das Zubehör wird sich dann auch entsprechend wandeln müssen. Und das ist schon ein spannender Schritt. Und mal gucken, wie sie es wirklich machen mit den Geschwindigkeiten. Also die Vorgabe ist ja nur USB-C. Das ist ja eine großartige EU-Entscheidung. Völlig unklar, was da drin steckt. Hauptsache USB-C. Und ich bin mal gespannt, ob sie da wirklich einen richtig schnellen USB-C-Port von machen, der dann auch so einen Transfer von großen Videodateien zulässt. Oder ob Apple einfach sagt, nee, wir machen das nicht. Oder sie sagen halt irgendwie, für unsere Kabel machen wir es. Und dann wird es auch nochmal spannend, was dann die EU sagt, wenn Apple dann sagt, ja, mit unserem Kabel kannst du schnell transferieren. Also das ist schon einiges zu besprechen, was dieses iPhone 5 angeht. Ja, sicher, sicher. Aber so jetzt kein großes Ding. Und ich glaube, EU interessiert auch Datentransfer nicht. Da geht es nur um Strom, oder? Ja, also bei der Schnittstelle geht es in erster Linie um Strom. Aber die Frage ist ja auch, ob der Strom in Anführungszeichen beschnitten wird. Also dass du halt irgendwie ein bisschen langsamer betanken kannst, wenn du halt kein zertifiziertes Netzteil benutzt. Und da gab es ja schon so ganz komische Seitenhiebe aus Richtung der EU. So, so, Obacht, Obacht, wir werden da genau hinschauen. Aber was da genau los ist und was sie da eigentlich genau wollen und wo da die Grenze ist, ist mir noch nicht ganz klar, muss ich sagen. Weil am Schluss, wenn die Geräte über USB-C geladen werden, dann ist das einfach erstmal, müsste das ein Großteil dieser Schnittstelle, der Vorgabe, müsste da eigentlich erfüllt sein. Ich weiß nicht, ob da bestimmte Wattzahlen irgendwie durchschleifen musst oder dann irgendwie irgendjemand aus der EU kommt und sagt, hey, so geht es nicht. Aber ich meine, sowas bei den Größenordnungen, die das iPhone halt angenommen hat, nimmt natürlich all sowas, was dann auch so politisch ein bisschen aufgeladen ist, nimmt natürlich immer ein Riesending an. Und deshalb, und Apple und die EU sind da ja sowieso ganz gerne mal auf Kollisionskurs. Also, wer weiß, ob da nicht auch noch irgendwas Komisches hinterherkommt. Und ich glaube, zumindest, dass Apples Pläne in irgendeiner Form sind, was mit eigenen und zertifizierten Kabeln zu machen, ist, glaube ich, relativ klar. Ich meine, das war immer ihre Strategie bis zu einem gewissen Grad und das werden sie nicht so schnell aufgeben. Und auch mit den üblichen Argumenten, dass du halt irgendwie eine bestimmte Form von Ladesicherheit hast und alles Mögliche halt da sinnvoll ist, das zu zertifizieren. Und diese Argumente kann man ja auch durchaus führen. Und dann wird halt irgendjemand sagen, ja, ich möchte aber irgendwie auch anders laden oder so. Ich meine, auf der anderen Seite siehst du ja beim iPad, dass es halt auch geht. Also, ich meine, du kannst ja das iPad auch sonst an die wildesten USB-C-Kabel stöpseln und Strom kommt da schon irgendwie rein. Also, das iPad braucht ja mehr eigentlich als das iPhone. Ich nehme an, Apple möchte auch nicht irgendwann die Schlagzeilen haben. So, iPhones brennen ab wegen schrottigen USB-C-Netzteilen. Haben wir aber auch insgesamt jetzt in den 15 Jahren Smartphone eigentlich sehr selten gesehen. Also, es gibt schon mal so Geschichten, dass irgendwie Leute schmeißen Ladegeräte in die Badewanne und sterben, weil das irgendwie Schrott war oder fassen an irgendwelche Sachen, wo sie nicht dran fassen sollten, weil es ein gefälschtes Apple-Netzteil war. Also, steht Apple drauf, ist aber gefälscht gewesen und war halt Schrott. Und wir hatten mal Rückrufe von Apple-Netzteilen, weil da die Stecker, also die Hochspannungsstecker rausgezogen werden konnten und dann in der Steckdose stecken geblieben sind und das war dann ein bisschen schlecht. Solche Sachen gab es da schon, aber ich weiß halt nicht, wie viel ist davon, wir verkaufen sehr gerne diese teuren Zubehörteile und Kabel und wie viel ist davon wirklich so richtig gerechtfertigt. Weil es gibt natürlich einen Haufen nicht von Apple zertifizierte korrekte USB-C-Netzteile, die schon funktionieren und all das. Kleiner Vergleich hat jetzt nur am Rande damit zu tun, aber auch beim Elektroauto ist ja die Frage, wie lädt man das und wie verhält sich das Elektroauto im Zusammenspiel mit den verschiedenen Ladesäulen, die man so auf der Straße vorfinden kann. Aktuelles Beispiel ist eine Firma, die heißt Ora, weil es kommen jetzt ganz viele neue Autohersteller von sonst wo, von denen du noch nie gehört hast. Und die haben jetzt hier zum Beispiel ein Produkt, was in den deutschen Markt kommen soll, das heißt Ora Funky Cat. Und ist so ein kleines, sauhässliches Auto. Es ist halt sehr lustig, weil so ganz links ist so ein kleiner Porsche und dann schaust du so das mittlere Bild und dann so, oh, meine Augen. Das ist halt relativ günstig, sieht halt vorne ein bisschen aus wie ein Porsche, wo jemand draufgetreten ist und hinten sieht es aus wie ein Fiat, wo der Designer nicht zu Hause war. Also es ist nicht so richtig aus einem Stück, könnte man sagen. Naja, und das eigentliche Problem ist, hat der ADAC mal dieses Ding getestet. Was natürlich eigentlich passieren sollte, ist bei dem Ladestecker vom Elektroauto, dass der entweder verriegelt ist oder das Strom fließt. Er soll sich aber nicht entriegeln und es soll trotzdem Strom fließen. Was also jetzt bei dem Ora Funky Cat passiert ist, dass das Ding entriegelt und den Strom nicht trennt, dann ziehst du raus und hast einen Funken. Und vielleicht heißt das Ding auch deswegen Funky Cat, weil es funkt. Machen sie ein Software-Update. Da hat noch niemand vorher drüber nachgedacht, dass das in der einen, also dass das erst trennen soll und dann entriegeln. Und dann ist der ADAC vielleicht auch glücklicher. Aber das kommt halt dann mit solchen Firmen, die halt schon das Blech biegen können, eine Batterie drunter schnallen können, aber noch nicht so richtig wissen, wann der Strom wohin fließen sollte. Also das ist so ein bisschen... Das ist ein Design hinterlässt bleibenden Eindruck. Also das ist nicht gelogen, muss man sagen. Okay, das ist ganz lustig, aber fällt der schon in die Kategorie so richtiges Auto oder ist der auch in diese 45-Stunden-Kilometer-Klasse? Nee, das ist ein richtiges Auto. Das ist so mehr oder weniger von der Größe wie so ein Fiat 500. Und Preis ist auch sehr attraktiv, ist aber halt so ein bisschen... Ist halt so ein Ding. Bisschen komisch, ja. Ja, ja, ja. Und Software insgesamt in dem Ding auch so ein bisschen fragwürdig. Aber da kommt halt jetzt was. Da kommen solche Hersteller und da kommt BYD und die bauen dir auch Autos. Die bauen Millionen von Autos und verkaufen die in China. Aber im einen oder anderen Detail vielleicht so ein bisschen zu hoppla hopp gebaut. Egal. Wenn Apple mit den Netzteilen, die sollen auch nicht funken, die sollen auch nicht abbrennen und da soll auch hoffentlich nichts passieren. Und werden wir dann sehen, wie sie das machen, wie sie es den Leuten auch irgendwie... Also gibt es da eine Geschichte von Apple dazu, wieso wir jetzt USB-C machen oder es leiten jetzt durch, weil es schon zehn Jahre alt oder mehr, ja? Das ist natürlich interessant, ob sie das einfach so nebenläufig abfrühstücken oder halt da noch eine Geschichte drum bauen ist. Da bin ich sehr neugierig drauf, muss ich sagen. Also sie könnten, glaube ich, beides fahren. Ich meine, auf der anderen Seite, dadurch, dass ja der komplette Rest der Produktpalette halt sowieso auf USB-C ist, jetzt mit USB-C, hurra. Ich meine, dadurch, dass sie so lange halt und auch so natürlich so halböffentlich ja immer sich gegen USB-C oder gegen die, naja, gegen USB-C weniger, sie haben sich ja gegen die Vorgabe, die erzwungenen Wechsel ausgesprochen und da halt irgendwie immer für Lightning und für die Beibehaltung argumentiert. Insofern, ja, ein bisschen Geschichte müssten sie eigentlich schon drum bauen, warum jetzt und was das jetzt für einen Vorteil hat, dann unterm Strich da irgendeine schöne Geschichte, müssten sie dazu sich schon ausdenken. Vielleicht ist das ja die schnellere Übertragungsgeschwindigkeit, wenn du da jetzt mit voller Speed deine großen Pro-Raw-Files, weil du so Pro bist, kannst du da rüberschieben vielleicht. Also der Chat sagt gerade, Fehlinformation, ORA ist gar nicht billig, das stimmt, der kostet 40.000 bis 50.000. What? Also, also lass mal. Okay, sehr schockierend. Alex, was ist die? Ja, die, die, es betrifft natürlich nur eine ganz kleine Zielgruppe, die überhaupt an Übertragungsgeschwindigkeiten von Kabeln interessiert sind, nicht wahr, also per Kabel. Das ist, das kannst du immer als Pro-Feature kannst du das sicherlich anführen und das ist, wird von auch niemandem wahrscheinlich kritisiert, aber Apple wird schon genau wissen, wer noch irgendwo an sein, an sein Gerät, speziell an sein iPhone, beim Alpcat kannst du noch mit Zubehör und so weiter kommen, ab ans iPhone. Also, was da in Übertragung ist, da wird ja alles gesüngt per Wi-Fi und das ist die Story, die seit zehn Jahren erzählt wurde. Und das, nicht wahr? Also da ist es, es betrifft eine sehr kleine Zielgruppe, die solche großen Videodateien übertragen möchte. Aber natürlich die Kamera und die Videofähigkeiten, die sind natürlich, die stehen immer im Vordergrund und es war immer komisch oder Apple ist drumherum geschlittert, zu sagen, wie man diese Dateien runterbekommt vom Telefon. Das muss man, muss man ernsthaft so sagen, weil, also das Lightning-Kabel, das war nicht glorreich, also die, die Antwort auf das Lightning-Kabel. Apple hat sich immer mit AirDrop zum Beispiel ausgeredet. Und das ist natürlich, AirDrop wird jetzt auch besser mit iOS 17. Nichtsdestotrotz, Kabel, wenn du es richtig umsetzt, bleibt natürlich die schnellste, wäre die schnellste Möglichkeit. Ja, also vor allem irgendwie gerade, ja, also AirDrop funktioniert ja theoretisch schon auch, aber irgendwie für größere Mengen von verschiedenen Dateien ist es ja dann irgendwie doch das Problem, dass du dann, da willst du dann halt nicht, willst du das eigentlich nicht einzeln irgendwie per AirDrop oder auch nicht so als komische Massen, also zumindest, ich weiß auch nicht, vielleicht stelle ich mich da immer besonders an, aber ich mag es gern über AirDrop nur so einzelne Dateien zu verschicken und mehrere Dateien über AirDrop zu verschicken, macht mich immer nervös, aber ich weiß nicht, da habe ich immer das Gefühl, da kommt vielleicht irgendwie einer nicht an und da muss ich wieder nachschauen und ich, da vertraue ich irgendwie dem Ganzen nicht. Wenn du so eine Datei schickst, immer gut. Aber wahrscheinlich, vielleicht habe ich es auch einfach zu lange schon nicht mehr gemacht oder war irgendwo mal ein dämliches Problem mit AirDrop reingerannt und es hat sich bei mir im Kopf festgesetzt. Wahrscheinlich ist das gar nicht mehr so dramatisch. Das Ding ist halt, also das ist, USB-C, Lightning ist noch nicht so komplett durch, also Lightning ist nicht so durch, wie der 30-Pin-Connector durch war, als wir Lightning bekommen haben. Bei Lightning kannst du immer noch sagen, also zum Beispiel die Ladegeschwindigkeiten für Telefone, die ist schnell, die ist schnell, die ist schnell und die Konkurrenz jetzt, der hinkt ja schon so ein bisschen hinterher, manchen Telefonen, aber die ist nicht langsam oder so. Du müsstest jetzt nicht wegen der Ladegeschwindigkeit auf einen neuen Stecker wechseln. Aber ansonsten ist natürlich alles andere an Lightning schon abgehakt. Also auch die Zubehörgeschichte, das hat sich ja so ein bisschen verabschiedet. Es gab ja immer mal wieder Mikrofone, die mit Lightning kamen, die du anstecken konntest. Es gab mal auch Kameras, die konnte man einen Lightning-Port anstecken. Aber ich glaube, das ist alles vorbei. Das ist alles durch. Weil das auch einfach niemand macht, so in der Menge sowieso nicht. Und die meisten, also ich habe hier zum Beispiel so ein kleines Mikrofon, das kannst du halt mit USB-C oder mit Lightning kannst du das an deinem iPhone dranstecken und dann funktioniert das. CarPlay ist vielleicht noch, also es ist nicht super, weißt du, da kannst du einfach auch das Kabel tauschen. Wenn du dann Kabel-CarPlay in deinem Auto hast, dann nimmst du halt ein C-Kabel und dann müsste das wahrscheinlich genauso weiter funktionieren. Wieso nehme ich mal an? Ja, solange sie den Anschluss nicht ganz weglassen. Erstmal, obwohl ich ja ich nicht, ich bin ja immer noch der Meinung, also auch das würden sie tun und wenig Rücksicht auf CarPlay nehmen. Weil es gibt ja kabelloses CarPlay. Und kabelloses CarPlay gibt es ja seit ein paar Jahren schon. Das ist ja auch nicht mehr so ganz neu, wie man, also natürlich Autohersteller arbeiten an ganz anderen Zeitabständen als andere Tech-Branchen. Tech-Branche ist jetzt sehr höflich ausgerückt gegenüber der Autoindustrie. Aber ja, also es gibt es schon länger und ich sehe auch schon, also immer mal wieder Autos, die zwei, drei, vier Jahre alt sind, die haben dann schon kabelloses CarPlay. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Also Anschluss wird kommen. Es wird ein Anschluss kommen. Und ich glaube, er wird USB-C sein dieses Jahr. Hat Ora Funky Cat CarPlay drin? Weiß man das? Steht hier nicht. Steht nicht mal, ob es ein Radio hat. Kostet es extra? Bluetooth, Schnittstelle und digitale Radio und Sprachassistent Hello Ora. Der ist bestimmt top gut. Ja, der wird ein Hit sein. Ja, nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was ich mir jetzt so im großen Line-Up von all meinen iPhones, die ich über die Jahre hatte, ich habe gerade noch mal das 6S Plus in der Hand gehabt. Das war tatsächlich wie von Johnnys Fingern geformt. Sehr dünn und sehr zart und wie so ein Minzblättchen, aber aus Metall, wo du einfach nur so sagst. Dadurch war es auch super zu dünn und hat sich halt verbogen, wenn du dich drauf gesetzt hast. Ich wollte es nicht sagen. Im Vergleich dazu ist halt das 14 Pro Max ein riesen Prügel. Ja, das stimmt. Also eine richtige Schokoladentafel, einfach ein riesen Klotz. Und dafür, wie groß und schwer und fett das ist, also ich meine, sie könnten am Material etwas ändern, sie müssten da nicht unbedingt den Stahlrahmen reinmachen, der schwerer ist als ein Alu-Rahmen. Ja. Und tatsächlich ist jetzt so nach einem, was haben wir jetzt, Dreivierteljahr dieses Ding, Batterielaufzeit ist mitunter so unterwegs gar nicht so geil. Also weil Apple schaltet auch Werbespots, so von wegen entspann dich, das ist ein iPhone und sowas. Aber auch nur, wenn du nicht 5G hast, wenn du keinen Mobile Hotspot verwendest und wenn du nicht Wireless Carplay benutzt. Weil die drei zusammen, die mördern einfach diesen Akku weg. Habe ich nicht in dieser, wurde nicht in dieser Sendung hier mehrfach laut behauptet, Akku sei ein gewisses Problem? Ja. Ich erinnere mich an diese. Muss Basti gewesen sein. Basti sagt sowas immer. Nee, aber das ist jetzt tatsächlich auch ein fühlbarer Unterschied zum, das hatte ich vorher, 11 Pro Max. Das war, gefühlt hat das besser durchgehalten unter so dreifach Funkbelastung. Also das hat dann auch in diesem, dieser Fahrt nach Italien, hat das dann auch aufgegeben und hat seinen Akku auch komplett gemördert und auch so, dass dann der Akku Health unter 80 Prozent gefallen ist. Ja. Aber ich habe den Eindruck, so eine relativ kurze Fahrt mit dreifach Funk an dem Ding an und es ist vorbei. Wird auch super heiß. Auch so, wenn ich es in der Hosentasche lasse, dass ich es am Bein spüren kann, wie heiß das wird. Das ist kein gutes Gefühl. Und du hast nicht die Beta drauf, oder? Nee. Ja, die trägt natürlich im Moment dazu bei, unter Umständen. Aber das geht, das stimmt schon. Ich meine, die kommen, man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese spezifische Kombination, die du da im Einsatz hast, dass die natürlich auch schon eine ernsthafte Herausforderung ist an Menge an Zeug, die da halt passiert. Mhm. Ich habe auch neulich, habe ich dann an meinem Wireless, ich habe so ein kleines Stromproblem in dem Auto jetzt, weil an dem Wireless Carplay Dongle, da wird zwar Strom und USB durchgeschleift, aber da kommt fast nichts an, weil der Dongle so viel verbraucht. Das heißt, und an meinem 12-Volt-Anschluss in der Mittelkonsole steckt die Dashcam, die kann ich auch nicht abstecken. Also habe ich halt dann neulich, irgendwie hat es nachts nicht geladen, weil ich es irgendwie schief auf mein G-Pad gelegt habe und dann bin ich losgefahren und das Ding war fast leer und dann habe ich es ans Kabel gesteckt, hinter dem Wireless Carplay Dongle und es ist einfach nur noch leerer geworden, weil es einfach sich so krass leer gesaugt hat. Dann hast du dieses lustige Diagramm im Batterieding, so steckt, wird geladen, aber wird weniger. Rot, rot. Ja, ja, das kann schon passieren. Also ich weiß auch nicht, ich meine, der ist ja im Auto, kommt ja teilweise echt auch, selbst wenn du da gar nicht so viel dran hast, je nach Auto und Fahrzeug und wo auch immer dann der USB-Stecker, da fällt irgendwie nicht so super viel Leistung teilweise raus, habe ich den Eindruck. Von Auto zu Auto wahrscheinlich sehr, von Modell zu Modell sehr unterschiedlich. Aber das kann, ja, kann schon passieren, dass je nachdem, wenn du da mehr spielst als nur Carplay, dass dann das mit dem Laden so ein bisschen schwierig wird an einem gewissen Punkt. Gerade bei den Großen, da sind ja wieder die Großen, mit ihrem Großen Akku, zwar von Vorteil, aber beim Laden sind die natürlich auch etwas hungriger dann, als jetzt zum Beispiel so ein Mini, wo der Akku halt sofort leer ist, aber dafür ist er halt auch sofort wieder voll. So ein iPhone-Mini-Akku, der ist ja nicht wesentlich größer als jetzt so ein Case von den AirPods, ne? Also das ist ja auch so ähnlich. Ja, also beim 12-Mini war der nicht viel größer als beim Case von den AirPods. Ich lade mir das iPhone von meiner Tochter, das hat ein SE, zweite Generation, und da gehst du weg und drehst dich um, steckst ab und ist voll. Also es ist wirklich sehr beeindruckend schnell. Aber drehst dich um, dann ist es auch wieder leer. Das ist auch nicht so weit entfernt. Das ist, wenn man es benutzen würde, aber meine Tochter, die trägt das mit sich rum und kann geordnet werden und kann uns mal anrufen, aber die ist da relativ, relativ entspannt ist die da. Das ist ja dann die nächste Baustelle, die, wenn die EU ankommt mit, Akkus müssen tauschbar sein. Das ist dann noch ein bisschen weiter weg, aber das ist dann die nächste Geschichte, wie das dann und was da genau. Ja, nee, die einfache Erklärung dafür ist, das hat mit Smartphones in der Form, wie wir sie jetzt vom iPhone kennen, hat das einfach nicht viel zu tun. Also diese Vorgabe gilt so, wie sie da ist, nicht fürs iPhone und nicht für andere Smartphones, die in dieser Form konstruiert sind. Da gibt es ja so einen ganzen Berg in dieser Irrenverordnung, gibt es so einen ganzen Berg, abgesehen von Ausnahmen für Geräte, die irgendwie wasserdicht sind und so weiter. Also da gibt es einen Berg an Ausnahmen drin und da und unter all diese Sachen und all diese Ausnahmen, und all diese Dinge fallen auch. Und es sind, glaube ich, nicht nur Smartphones, die ausgenommen sind, sondern es gibt noch ein, zwei andere Kategorien. Also auf jeden Fall, was auch immer mit dieser Verordnung ist, die wird nicht bedeuten, dass wir irgendwie 2027 ein iPhone haben, bei dem du deinen Akku austauschen kannst. Da gab es ja jetzt wieder, das ist ja so ein Ding, diese EU-Geschichten, die kommen regelmäßig und die werden regelmäßig, werden die medial nochmal aufbereitet und dann werden die regelmäßig medial von US-Medien aufbereitet. Und dann passieren mehrere Schleifen von stiller Post und seltsamer Verwirrung und großer, dann sehr, sagen wir mal, gewissen Vorurteilen über EU-Entscheidungen, die teilweise nachvollziehbar und teilweise nicht nachvollziehbar sind. Und dann kommt halt dabei heraus, hier EU macht iPhone Akku wechselbar. So, nein. Es gibt ja das Self-Repair-Programm und ich habe ja hier diesen Schaden an dem Earpiece-Lautsprecher. Sollte ich das vielleicht mal testen, ob ich das... Ein Hörer hat gemeint, das Earpiece-Lautsprecher-Wechsel ist komplette Display-Wechsel, weil das da mit dranhängen würde. Der 13er, glaube ich. Und ich glaube, 13 Pro und 14 Pro müssten noch die gleiche Konstruktion haben und nur das 14er ohne Pro hat die neue Konstruktion, wo du das Zeug ohne größere Verrenkungen rausbekommst. Und vielleicht schicke ich es auch einfach ein. Vielleicht tue ich es mir nicht an. Ja, weil es ist garantiert. Ganz klasse Tipp. Du kriegst halt so einen schönen Case nach Hause geliefert. Viele Werkzeuge drin. Und Display heißt ja dann auch Face ID, nicht? Also das ist... Nee. Nee, nee. Also so aus dem Nebenbei macht man das, glaube ich, nicht. Also das ist schon eine ernsthafte... so eine ernsthafte Arbeit. Ja, so wie auch einen Trocknergriff austauschen zum Beispiel. Das ist auch unernsthaft. Ja gut, wenn der Face ID hätte, der trockene... Er... Hehehe. Ja gut.